Spargelunger im Franzensdorf Herzlich Willkommen bei Spargelunger im Franzensdorf. Seit 1989 wird neben anderen Gemüsekulturen auch Spargel bei uns angebaut. Und das in besonderer Qualität, seit über 25 Jahren. Wir bevorzugen Sorten mit dünneren Spargeltrieben. Deshalb ist unser Spargel von zarter Struktur und hoher geschmacklicher Qualität. Wir verzichten auf organische Kompostdüngung. Feine Spargelsorten haben einen kürzeren Lebenszyklus. Deshalb ist Ungerspargel junger Spargel. Geschmackvolle Sorten auf nährstoffreichen Schwarzerdeböden. Das ist die Philosophie von Heinrich Unger. Unser Angebot umfasst weißen Spargel, grünen Spargel und Bourburspargel. Ebenso bieten wir eine feine Auswahl an Produkten rund um den Spargel in unserer Spargelwerkstatt an. Breit gefächerte Spargelkulinarik begeistert immer wieder aufs Neue. Spargel lässt sich sehr einfach und schnell zubereiten. Isabella Ungers Spargelküche zielt darauf ab, dass Aromen hervorragend zur Geltung kommen. Zubereitungsarten wie Rösten und Garen in der Folie sind bei ihr besonders beliebt. Ein treuer Begleiter von köstlichen Spargelgerichten ist Ungers Limited Edition von Spargelweinern. Kaiserspargel Kaiserspargel Aspatheranopilis Ungers Machfeld Spezialität Die Spargelmarke mit der Kaiserkrone Damit haben die Spargelhiebhaber eine ganz besondere Spargelsorte zum vergnüglichen kaiserlichen Genuss. Der dunkle Boden und seine feine Struktur sind Heimat- und Namensgeber dieses kostbaren Spargels, die auf exklusiven Lagen des Kaiserdorfes Franzensdorf im Herzen des Machfeldes gedeiht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017